kalenz pferde hey du hey du weißt du dädi auch nö ist ja schön und gut wenn diese stone aber langsam wird es nervig wer ich bin kevin kevin let's play das bin ich ich drehe videos für youtube genaue informationen finden sie immer in dem channel unter htp www.youtube.com channel ja und so eine channel kevin lp und auch ein paar symbole hoffentlich quatsch das wäre jetzt cool wenn ich jetzt richtig wenn es jetzt richtig wird dieser link einigermaßen komm schon da du willst nicht sterben wirst du jetzt sterben ich sterbe jetzt verschwunden pilze ich werde da krieg schaden deswegen springe ich mal drüber was stadt wo ich schieße das hat man doch schon mal am schluss schießen wir doch ne was sind das für eine pflanze das ist eine origat garnis pflanze aus dem aus dem fälösianischen hause der top pflanzen ja ich versuche jetzt ein bisschen witziger zu sein dein geschütz wackelt ich würde ein bisschen aufpassen kein unfall und kaputt gehen ungefähr so das warst du auto safe ok auch nicht über diese wände ich würde hier was imperiale emotruppen ich stand einfach drüber Prozent ich glaube den Meistern ließ da er ist ein Handy klingelt Prozent 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 Na los, du bist viel zu langsam. Soll ich dir was über Schnelligkeit beibringen? Das ist keine Schnelligkeit. Das ist Schnelligkeit. Oh, mein Headset. Mein Headset fliegt rum. Du bist viel zu... Okay, jetzt hast du mich erwischt. Das ist ein Glückstreffer. Das ist auch ein Glückstreffer. Das ist keine, weil ich jetzt geblockt habe. Voll ins Arschloch. Ins Arschloch, du Arsch. Hey, du. Scheiße. Kann man hier nicht einmal verhandeln. Kann ich da irgendwas mit den Wänden machen? Nee, ich kann damit nur Verstecken spielen, okay. Hey, du. Ich bring dir das Fliegen bei. Hey, du. Langsamer. Du bist voll lahm, weißt du das? Oh. Weiß was? Ach, scheiße. Ich wollte noch einen Schub machen. Nein, nein, nein. Ach so, er greift mich. Und was macht er jetzt? Ja, vergewaltigt mich. Nein. Ich bin doch kein Fußball. Geh weg. Wir sind jetzt mit der Musik los. Ich hör grad nichts. Ich hör jetzt grad nur so. Und meine eigene Stimme. Sonst hör ich nichts. Lass dich so auf dem Boden. Bin ich doch schon. So, einmal. Zweimal. Emo-Truppe. Dreimal. Wo ist das eine Emo-Truppe? Ich weiß nicht. Und auch Flimfraue. Und auch Flimfraue. Und auch Flimfraue. So, jetzt da endlich. Na, also geht doch. Ist da ihm so schwer. Wer schießt da? Ach, schmied er so ein hochplatzierter Aussie. Oh, er ist gestolpert. Stolpern. Jeder stolpert mal. Das ist keine große Schande. Ich bin selbst auch mal in eine Treppe gestolpert. Und bis zum... Vom dritten Stock runter ins Erstgeschoss. Gerollt, ne? Nee, war nur Spaß. Ah, du. Machtsphäre. Oben rechter Bildschirm. Und... Ha, ha. Verschießen. Kannst mich nicht angreifen. Kannst nicht, kannst nicht. Warte, warte, warte. Wo? Was? Ach, nö. Bin ich jetzt mit dem eingesperrt, oder was? Nein. Da bin ich noch viel lieber mit dem Ersteller von Java eingesperrt, ne? Boah. Weißt du, wie fies. Ich versteck mich. He he he. Ich hab Angst vor ATSTs. Ops. 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 Das... Meike hier wohl alles kaputt, ne? Oh, in die Lücken. In die Lücken. Ja, ja. Ich bin zu schnell für dich. Ah. Mist, der hat mich gehittet. Herr Mann, wird nicht gehittet. Jetzt, der hat mich gehittet. � hier kommen wir gerade noch drüber obwohl es gerade geleckt hat bei mir und jetzt läuft es wieder flüssig das ist doch irgendwie komisch oder manchmal läuft es flüssig manchmal nicht ich mach mal kurz ne aufnahmepause also so halt fürs ihr merkt dann nichts ne okay die aufnahme geht weiter könnte ich mir kaum mehr einsetzen ich muss näher ran jetzt ihr brächtet alle zusammen was gab es heute zum mittagessen was eier es gab eier zu frühstück okay gab es heute auch aber ich bin da nicht umgefallen ach ich hasse es gegen diese dinger zu kämpfen gegen diese dunklen truppen oder was auch immer die sind weil die muss man immer mit mit ding angreifen mit schock wenn man jetzt laser angreift dann verlieren die viel zu viel nicht leben also hier geht es bestimmt weiter zu langsam haha bist du jetzt ganz traurig willst du nicht mehr leben na warte ich helfe dir ich habe mir jetzt übrigens angebohnt ob mein headset richtig zu tragen getragend ist sehr oft richtig was weißt du oft in letzter zeit fast immer richtig geht es hier weiter ach ja genau okay es sind ja drei generatoren dann geht es hier zum zweiten generator juno ich spüre ich kann das leid dieser kreatur spüren es ist schrecklich könnt ihr vielleicht den schmerz der kreatur irgendwie lindern könnt ihr die kräme zerstören die sie festhalten welche kreatur ist das da unten die kreatur oder was ich kann es versuchen von was reden die danke das ist doch keine kreatur das ist nur ein stück und das ist ein stück super ne ne ihr wisst was das ist ne ok was ist hier hier sind so ein paar ausies die meinen die werden die coolsten die werden geschützten die alle auseinanderfallen sind wo vom Baujahr 2011 höh also stop shooting me i am serious i am very serious oh i speak so much english boh bei mir schmitternacht so spät habe ich noch nie eine spiel aufgenommen naja morgen habe ich nichts zu tun dann wird es ein ganz lässiger Tag. Meinerseits musste ich sehr oft weg. Japaner sind nämlich bei uns zu Gast in Deutschland und da muss ich mit denen was unternehmen und so. Das dauert meistens ja sehr ziemlich lange, so bis 4 Uhr von 9 Uhr bis 4 Uhr und das ist auch ziemlich müdend. Also morgen muss ich zum Glück nicht mit. Ich mache immer solche Ausflüge und ich hasse Ausflüge über alles. Okay, nicht über alles. Es gibt Schlimmeres aus Ausflüge, aber ich mag auch keine Ausflüge. Ja, aber die Gegner, die mögen Flüge. Deswegen fliegen sie auch so oft, dank mir. Ihr merkt schon, meine Stimme geht langsam zu Bach runter, weil, ja, meine Lippe wird langsam trocken. Moment, ich trinke mal kurz was. Habe ich was zu trinken bei mir? Ja, habe ich. Okay, jetzt haben wir einen Schluck getrunken. Ich weiß noch, ob es besser wird. Wahrscheinlich ändert sich auch gar nichts, aber ist egal. Geht es hier weiter? Na klar, muss natürlich, ne. Hier ist ja der dritte Generator und gefallen ist da zusätzlich auch. Warum, warum frage ich mich, ob es da weiter geht, ey. Manchmal weiß ich nicht, was ich bei Liss Case sage. Da sah ich irgend so ein Müll, wo ich eigentlich schon weiß, ne. Da habe ich zum Beispiel eine Frage gestellt, ist der Tod, ne. Irgendwann, ne, ich weiß nicht, welcher Part, aber ich habe doch mal gesagt, ist der Tod, ne. Also ohne das, ne. Also ich habe gesagt, ist der Tod. Da habe ich gesagt, ja, ist er, glaube ich. Glaube ich, habe ich gesagt, ne. Glaube ich. Obwohl der ganz sicher tot war. Also meine Sprache ist nicht gerade die Beste. Wo ist denn dein Geschütz hin? Oh, ach, du schaust dein Geschütz nach, ne. Ich bist jetzt granddeck. Oh, bist jetzt ganz traurig. Oh, jetzt weißt du in die Tiefe. Tut mir leid. Ich glaube, bei dem mache ich nicht verlinkt. Bei dem nicht. Gut, dann tue mit dem letzten Generator. Suche im Magen des Salak nach Generator Organa. Im Magen nach Generator Organa. Magen Organa. Okay. Da wollen die Macher wohl zu faulig Namen auszudenken. Okay, worum müssen wir jetzt hin? Ich glaube, jetzt müssen wir wieder in die Mitte. Und dann werden wir direkt in dieses, in den Magen des Fieses reinfallen oder so. Vermute ich. Da oben ist ein Machtwürfel. Ich hole ihn mir mal. Moment, ich mach mal kurz Stopp. Für euch. Leute, seht euch mal das an. Wo ist der Spielstand? Der ist gelöscht worden. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Ich habe hier so, ähm, es ist gesucht, aber ich habe den nicht auf meinem Computer und anscheinend wohl der gelöscht. Ja. Ich bin so ein Unsitzfohl. Außerdem wurden noch, ähm, die sieben Minuten, die fehlen auch noch beim letzten Part. Seit 825, glaube ich. Äh, und man hätte es erneut kaputt gegangen, weil meine Tischbeine auf das Kabel draufgegangen sind und das Kabel wurde dadurch recht beschädigt. Ja, so ist es eben. Und, ähm, ich werde jetzt, äh, das ganze Spiel neu anfangen. Ich werde es, bis ich's hab pausieren. Und, wenn es safe so haben wir vorher war, werde ich, ähm, werde ich weiterspielen. Also, ja, es kann jetzt ein bisschen dauern. Es liegt alles an der Technik bei mir. Ähm, dann sehen wir uns im nächsten Part, wenn es weiter geht's. Bis dann.